Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny am Start für euch mit dem weiteren Teil Road to Commander, glaub Folge 26, wie immer steht dann alles richtig natürlich im Titel. Am Start habe ich natürlich wieder die, die auch bei der letzten Folge dabei waren, sprich Genetik 5JM6 und Ewix Ironics. Nur einer fehlt, der Schwerbehinderte EA Extremes, der muss jetzt schon in die Haie oder in den Kindergarten. Ich glaube, es ist selber. Keine Ahnung, wo der ist, auf jeden Fall nicht mehr da. Ich wollte erst mit den Spritzen und dann geht es los. Nein. Securing Alpha. Ne, ich mein Daniel, oder? Hoi! Hoi! Ich dachte, der ist rübergetubt, Alter. Dann hätte ich was ausgewählt, Daniel. Dann wäre ich zu dir nach Hause gelaufen. Weißt du was, wo ich wohne? In Deutschland? Ja, das sehe ich noch bis zumindest fast geschafft. Bayern ist nicht mehr in Deutschland. Ah, doch. Sprachen, die redet, ist aber kein Deutsch. Okay, Verbindung vor der Windfried. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das gerade war, weil ich angeschossen wurde, oder ob die Verbindung echt zu kack ist. Ich hab so einen Reifen lang gerollt und das hätte da so einen Typen so Putzebäume gemacht. Einen Reifen? Der Killerreifen? Wie hast du im Film? Ich hab so eine Fantasie, Stefan. Der sieht aber echt aus. Guck mal, wie die alle tuben, Alter. Ich geh gleich in meinen Spiele-Chat und sag, sie sind live auf YouTube zu sehen. Das wärs jetzt auch mal nicht, ne? Okay, halb live. Halb live. Halb live. Halb live. Halb live. Ich hab das harte Leben nicht ausgewählt. Halb live. Halb live. Halb live. Halb live. Du kannst das ja so machen wie, ähm, Thunder. Und einfach, wenn da irgendwie Leute boosten oder halt nub-tuben, und den Ambulenten sagen, dass wir nicht mehr helfen sollen. Hör mich echt nicht mehr. Aber YouTube, Alter, da... In der ganzen Beschreibung, bei jedem YouTube-Folge, ne? Wenn mir jetzt von die Hälfte ist, würd ich gerne sagen. Du bist so... Tschüss, ich hab hier grad einen so ran abgekillt. Friendly Harriers inbound. Alter, ich glaub immer wieder in die Strahlung, Mann. Ich bin so dumm. Ich hab hier gestorben, Alter. So ein Mist geburnt, Alter. Eins noch zum AC, Alter. Wenn ich jetzt sterb, geh ich ins Bett. Okay, ins Bett, ne? Aber auch, ja. Ich hab keine Lust, Alter. Ich geh offline, Alter. Immer wenn ich sowas mache. Und ankündige, ich bin immer auf der Map. Boah, die Snipe auf der Map, ne? Oh my god, da ist doch der YouTuber! Ich hab nur Triples gemacht zu Nuke. Okay, 6-fach. Ich hatte nur Triples und Multi. Also kein Single oder Double. Mach mal, ich geh offline. Ey, ich hatte jetzt nur am Schluss, aber da hatte ich schon die Nuke. Da hab ich einen normalen Krieger. Das sind Triples und Multi und so. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tja, Youtube, das ist das harte Leben in MW2. Wenn ein Tuber seine Streaks nicht bekommt und eine Nuke reingedrückt bekommt, geht er auf Dashboard. Ich weiß ja nicht, ob jemand, ähm, ob ich jemanden getötet hab und der das gesehen hat. Alter, das ist mir Wayne. Ich hab eine Nuke gezählt und fertig. Und dann halt leider nicht für das Emblem, aber das Emblem krieg ich sowieso. So easy going. Gibt ja hier andere in meiner Xbox-Live-Fundest, die haben ja nach drei Jahren immer noch nicht das Nuke im Leben. Oh, der erst seit kurzem. Ich glaub, der hat's sogar. Ey Leute, ihr seid alle froh. Ne, der Erik, Alter. Wie lange hat denn der gebraucht, bis der das hatte, Alter? Drei Jahre oder so. Hat der das überhaupt schon? Ja, ich glaub vor kurzem hat er's doch erst bekommen. Oder... Ja, ich weiß nicht. Stimmt, der hat das Nuke im Leben gar nicht. Der hat doch nur das Ding, ähm, wie heißt es? Ähm, Endstation. Was ich grad drin hab. Pfff. Lapp, Alter. Irgendjemand hat gesagt, dass er irgendwie nur sechs Nukes hatte. Das Spiel ist schon drei Jahre. Ja, an alle Zuschauer, die jetzt hier natürlich auch nur so wenig Nukes haben, ist keine Schande. Aber der AirDreams zockt wirklich jeden Tag mit mir. Und ohne anzugeben oder so. Ich mein, ich hau so viele Nukes raus und hab AC-130 und wir sind so oft am gewinnen. Da muss er es doch auch mal auf die Reihe bekommen, auch mal einen Nuke zu machen. Ich mein, ich hab so viele Freunde. Ich hab so viele Freunde, wenn die mit mir oder so zocken, dann kriegen die auch mehr Nukes als alleine. Ist ja logisch. Wir sind rausgeflogen. Und ich bin Host. Ich geh da mehr raus. Ja gut, ich geh mal was zu trinken. Wenn du jetzt reinkommst, kommst du, dann bin ich mit ihm rum. Aber ehrlich, warum kriegt denn der AirDreams keine Nukes? Der spielt das Spiel schon fast seit Release. Passt. Peinlich, ja. Nicht passt, Peinlich. Das ist voll gut. Ja, zack, die und schiebt. Ja, zack, die und schiebt. Ich bin in der letzten Zeit aber auch weniger. Du hast aber schon wieder 10. Warte. Ja. Schon. Ich meine, hier stimmen ja zu 100%, aber er würde schätzen, würde ich sie auf 200 schätzen. Ich meine, stimmen alle. Ich hab ja 422 jetzt. Ich hör jemanden ganz verdunnen. Ja, ohne die getjupten hab ich schon einer. Komm, zeig dich. Enemy UAV, wenn ich natürlich noch spawnen vermute. Boah, ich hab's nicht waffen. Genau, jetzt wird er fahren. Warte, wo sind denn die, Mann? Ja, den Harriers, Alter. Was macht ein Harrier eigentlich? Ist er mich krank? Warte, wenn mein Harrier sowas machen würde, Alter. Das hätte ich schreit, ey. Heul. Du heilst auch so jedes Mal, wenn ein Kill macht. Ja, okay, das stimmt. Aber dann würde ich, damit ich selbst, ne, wenn ich mich umdringen würde. Ich hätte eine andere. Das ist wie, als wenn ich die U-Boot-Sack hätte. Ah, Ups. Ja, wieder in den Nuke. Stabil, zwei Runden hintereinander. Geht doch steil, Alter. Er hat 32. Geht ihr die in Math-Match oder Herrschaft? Im Death-Match. Geht nicht mehr. Wir sind schon bei 7500. Ich bin einfach der Harrier und sehe keine Feine mehr. Ja, theoretisch hätte ich einfach keine Kills mehr machen sollen, mit der AC mich selbst töten. Aber lieber... Keine Ahnung. Das mache ich, wenn ich wieder Level 70 bin. Mal auf Team Deathmatch doppeln gehen. Die Nuke wäre eigentlich voll schnell gewesen. Aber ich habe am Anfang recht viel auf Leute getötet. Fuck, Alter, wie ich gefailt habe. Oh mein Gustav, Alter. Schaut bitte weg, Alter. Okay. Aber dann habe ich eins pro Gegner dann nicht mehr gesehen zum Harrier. Leider. Sollen wir die Nuke jetzt gleich doch nicht zuschauen. Tja, jetzt könnt ihr Dashbonnen wie ihr wollt. Ich bin Host, ihr Lapp. Ja, sorry. Aber nicht, dass jemand ein Multi macht. Okay, zwei Nukes in neun Minuten geht. Also dafür, dass zwei verschiedene Spiele waren. War es auf jeden Fall richtig. Stabilo ist 40 plus in Team Deathmatch. Das ist Stabilo mit Manilo. Ja, ich erfinde gerne, bitte. Stabilo ist 10 plus. Ey, heute war so ne Tusse zu sehen, ne Brasilanerin auf Facebook, die stript, gell. Da hat jemand aus meiner, äh, also den kenne ich noch, äh, aus meiner alten Klasse. Der hat kommentiert, äh, zu so nem türkischen Freund, was weiß ich, wie der hieß. Haha Abdul, nehm Regenschirm, schmeiß die gegen den Kopf und ich fang die mit meinen Pokéball. Ha, ich muss so lachen, Alter. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. Ich fang die mit meinen Pokéball. Ich hab'sst Ja, Mann. Muss mich auch noch entscheiden. Also wenn ich eine Superkraft haben dürfte, die ich natürlich schon hab, öh was, Hallo? Fuck, jetzt hab ich sie nicht mal. Ich hab's ja grad gesagt. Wie YOU�� licht jetzt? Ja. Ne, du hast nicht gesagt, was du hast, sondern du hast was das. Ja. Ist Super Saiyan der, ähm, der Superkraft? Ja. Ne, aber ohne Scheiß, könnte ich irgendwas, irgendeine Superkraftfähigkeit, irgendeinen Rance, Alter, entweder fliegen oder unsichtbar sein. Das wär krass. Würde dann unter Wasser und Lagerfeuer machen. Voll dem unsichtbar, ich weiß gar nicht, wie Eric dann so, in die Mädchen und Kleine schleicht. Noch so ne passende Musik dabei. Man hat da Fußabdrücke hinterlassen oder nicht, nie so was. Jetzt, wo ihr das gesagt habt, das müsste mal jemand animieren und dann mit der passenden Musik so ein bisschen zu sehen. Am besten die rosa-rotte-Panther-Musik. Der Eric hat die Fähigkeit, unsichtbar zu sein. Er schleicht sich in der Umkleide, wo das Zeichen für Frauen drauf ist, dass er nicht weiß, er ist in so einer Rentner-Sauna, ist bei den alten Frauen in der Umkleide. Nee, und dann setzt sich so ne fette Alte aus wie im Rausch, Alter. Die geilste Fähigkeit, die er hat, ist, auf Knopfdruck zu stinken. Oh, Mann. Ich wurde getubed, Alter. So ne Instant-Fähigkeit. Nee, unlustig. Die Fähigkeit hat er, einfach unlustig zu sein. Immer und zu, jederzeit. Und das, was Julian gesagt hat, stimmt teilweise. Er hat nicht die Fähigkeit, auf Knopfdruck zu stinken, sondern in mir. Sorry, hab mich versehen. Ja, so einfach mal. Damit hab ich dir mal ein Kompliment gemacht. Ja, ich heb. Ich dachte, ich könnte mir hier ne gescheite Primärwaffe aufheben. Was kommt, ne Epic G7, Alter. Ich dachte eigentlich auch, ich verliere gegen Julian voll krass, weil Julian ist im Black Ops 2 besser. Ja, sehr ruhig, sehr ruhig. Ich hab aber gestern noch mit einer Handbücher. 20-7, 20-9 und 20-15. Ich ging Julian nur mit meiner Stirn. Dein Fun gegen wen hast du so in der letzten Zeit eins gegen eins verloren? Ich hab ihn aber dann in der B2 bezogen. Ja, ja, das war immer noch. Ja, das war, weil, erstens hab ich nur mit einer Hand gespürzt, dann war ich voll unkonzentriert. Und ich hab halt Fernseher schon aufgekauft. Ja, man. Guck mal, ich schnell die Geien. Das wird nix von die Geien. Oh, hier ein Stück'n Pille, Alter. Also, ne, das wird jetzt leider nix. Drei Geien miteinander, ich hätte es mir so gewünscht. Aber so wie die Geien, das kannst du vergessen. So, also, ich bin da und sterb einen von der Ria. Ey, so ein Affe. Ich hab noch ein Epic-Zicht. Ich setze gleich erst mal Sink vorbei. Siehst du ne Drohne, Wontan? Ist ja auch voll stark, Wontan. Ich schlub mich, Alter, und wie, Mann! Über die Map genau ins Gesicht, Alter! Und, äh, Josen. Ich werd gesnipet. Oh, wenn ich nicht wüsste, dass ich kein ADHS hab, würde ich wenn es zu gut, Alter. Ich kann nicht, wenn ich mein Harry hab, ich lauf und lauf halt noch weiter, weil ich denk, ja, komm... So, so, dreif, du machst's nochmal, Alter! Boah, ey. Der ist ja ein Tuber, Alter. Der ist ja ein Epic-Zicht. Ey, ich flipp gleich aus, Mann. Ich muss nur bis echt mal ansehen, um das ich mit dem Sinn zu bleiben. Ich hätte jetzt mal anziehen. Wer weiß, vielleicht sogar die BD. Der ist ja wieder mit Tuber, FPG-7 und Pille, Alter. So muss es. So und nicht anders. Hast du hier einen vor der, was passiert? Nochmal. Chappen die gerade vor dem, gar keine Chance da rauszukommen. Ey, Mike, keep me, keep mich, Alter. Okay, Spawn-Lex. Ey, dann, ich bin bei denen. Ja, wo Spawn die denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Spawn-Lex. Ja, danke, Alter. Meine wird gegeiert. Der spielt mit Chopper, Alter. Das ist ja doof. Der spielt mit Chopper, Alter. Boah, ich bin klein, Alter. Alter. Ich fühle die gerade rausgekommen. Wir fehlen ein, zwei Kills, dann habe ich AC. Ich sehe gerade 5. Wir fehlen vier Kills, dann habe ich AC. Ich glaube sowieso. So eine Missgeburt. Ich habe keine Munition mehr, ne? Geil, Mann, Harrier. Wir haben schon... Wir haben schon fast seit Spielbeginn, haben wir ihn getrunken. Boah, ja, ich habe eine Waffe. Ich habe ihn jetzt ganz schön geholt. Ich habe schon eine Waffe gebraucht. Wenn ich gesehen habe, der hat keins Dinge in der Hand. Ich habe zwei Kills. Lass mich mal meine AC bitte raushauen. Ich bin fast tot, Alter. Weil dann hätte ich drei Moods enteinander. Vielleicht habe ich jetzt mal einen AC sehen. Soll ich mich jetzt raushauen oder nicht? Ne, ich habe meinen AC. Ich bin sehr horror. Ich bin sehr horror. Danke. Gut, du darfst das dir mit dem Chopper-Gonatal, ne? Du steckst genau bei mir, Erik. Echt? Ich steck bei dir. Ich steck mal du bei dir. Ich habe ja meine AC zu essen. Nein. Ich habe Nuke. Jawoll. Drei Runde hintereinander, Mann. Ey, das ist mein... Also, mein Rekord sind drei Runde hintereinander. Ich habe schon noch eine vierte, Alter. Wir haben schon fast seit Spielbeginn, haben wir hier Typen. Oh, Juna, der Spot bei mir war eben so geil, ne? Sag mal, wenn du den Nuke hast, dann hau ich mich raus. Was? Ja, du Hornsohn! Das bin ich nicht. Ja, nein, ich wollte ja auch nicht dich. Ich habe ja gesehen, dass es ein anderer war. Ach so. Du Arsch, Alter. Ich dachte schon. Aber jetzt im Glück keine Ending hier, ey. Das ist ja meine auch noch. Was in Trance, Alter? Ich hatte schon so viele Nukes. Ey, ich kann schon längst das scheiße Emblem haben, Alter. Drei Nukes in einer Runde. Einmal von diesem slippery hohen Sohren. Einmal von dir. Auch nicht für besser. Einmal von mir. Ey, aber ich hatte jetzt drei Nukes. Ey, ich hatte drei Nukes in einer Runde. Ja? Ist immer noch dieselbe, ey. Sauber. Vielleicht schaff ich noch eine vierte, Alter. Deswegen nehme ich auch jetzt noch weiter auf. Ey, Julian. Ich muss beten, Alter, dass die Geier bei uns im Team sind. Weil es kommt Highrise und es ist ja klar, dass ich mit Chopper spiele. Ja, hab ich auch gesagt. Mit AC schaffst du. Und da wird ja schneller gegeiert. Deswegen hoffentlich sind die bei uns im Team, Alter. Und ich will noch eine Nuke. Ich will, ich will, ich will. Mama. Wirst du doch eine zu Weihnachten? Ja, Mama. Ey, Weihnachten ist ja noch anders. Ich habe zweimal im Jahr Geburtstag. Wusstet ihr das? Ja. Alter, ich muss gleich telefonieren, meine Freundin. Sie ist voll am Ragen. Ja, aber die Runde spielt auch. Ey, mir hat irgendjemand, keine Ahnung, wie der heißt, eine Nachricht geschickt. Join for Mod Lobby and Video for YouTube. Äh, der macht dieses auf YouTube? Oh, krass, Alter. Ich spiele unbedingt auch auf YouTube, äh. Edi den mal. Vielleicht dreht er dich mal zum Spiel an. Ja, Mann, dann höre ich... Ah, krass, Alter. Vielleicht werde ich ja da noch berühmt. Ich weiß nicht, wie lange ich noch zock. Ist jetzt ja gerade halb 10. Oh, man, Alter. Vielleicht gucke ich dann wegen Dragon Ball. Boah, ich bin Host. Ey, warst du auch schon letzter unter Host? Nee, gut. Warst du denn? Warst du schon letzter unter Host? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall Vorbar, aber... Auf jeden Fall bin ich jetzt Host. Ja, ich bin auch Vorbar. Alter, Stefan. Ich werde die Typen bei EWE so zusammen scheißen, äh. Den kleinen Typen in seinem kleinen Häuschen, Alter. Ich finde das allgemein lustig, wie der da einfach sitzt in seinem kleinen Häuschen den ganzen Tag. Und einfach nur rumgammelt und da alle drei Stunden mal einer vorbeikommt. So verdient er sein Geld. Ja, ja. Dribbel! Wärm, Junge. Wie immer, Alter. Wie immer. Wenn ich rüber renne, sterbe ich. Deswegen lass es sein. Auf jeden Fall an meine lieben Abonnenten und Zuschauer. Ich denke mal, das ist so das beste Road to Command, ne? Ich hatte... Ja gut, bis dahin habt ihr's ja schon gesehen. Ich hatte natürlich auch schon einen... Ich hatte auch schon in einem Road to Command eine Double Nuke, was auch krass ist. Aber jetzt hatte ich drei Hunden miteinander eine Nuke. Mein Rekord sind auch drei Nuke. Vielleicht kriege ich sogar vier Nuke jetzt hin. Das wäre ultra stabiliös, Alter. Und wie gesagt, mein Rekord sind vier. Äh, mein Rekord sind drei. Du hattest nach der einen Triple Nuke, hast du doch vorher auch schon eine. Nein, Commando, Mann. Widersteufe. Stimmt. Weiß ich das Beste von dir als du selber. Fanboy. Das heißt, ich hatte ne Triple Nuke und danach wieder eine. Triple Nuke oder noch ne Triple Nuke? Ja, aber der hatte ich net ne Triple Nuke und ne Double, Alter. Ich weiß das selbst nicht. Es ist aber schade, dass sie nicht mehr so viele YouTuber angezeigt werden. Mich kann man ja nicht als YouTuber erzählen, aber wir sind nicht der einzigste. Ja, aber ich bin kein YouTuber. Ich guck nur. Ich bin zwar stolz auf meinen V-Kombonenten, oder? Ja, ich muss so einen, außer in der Witz bringen, nach dem Dreh tausend raus, ne? Hehehe. Geht mein Channel damit zu spät, ne? Soll jetzt kein Hate sein oder so? Hehehe. Ich hab Harry, aber ich will noch nicht ergriffen. Das ist nicht alles klar. Ich bin jetzt am besten über C. Hehehe. Kann dir meinen A schnippen? Oder wie der... Ich hab's grad noch gesagt. Ich hab's grad eben noch gesagt, ich kann meinen A schnippen. Also... Ich hab mal auf C gesetzt, aber Harry ist mir gefordert. Harry ist mir tot. Fuck. Oh Gott. Let's fail at 32. Ey komm, ich will noch ne Nuke, alter. Das wär voll stabil. Ich weiß nie, wo ich mein Harry sitzen soll. Ja, ich mach meistens auf C auf dieses... Wenn ich über A's bauen. Bei A hau ich eigentlich nicht mehr auf der Vorruf. Weil ich... Ich weiß nicht, was er echt könnte. Ich geh immer auf die gegenübere Seite. Weil ich dann irgendwie drauf hoffe, dass er da reinschießen kann. Wenn ich mich selber da rumhauen. Ja, ist eigentlich auch ne gute Idee. Manche YouTube bei Haun den Luftschlagen ist auch immer Out of Map. Weil dann, wenn du den Out of Map haust, dann kriegt der Harry automatisch in die Mitte. Ist auch ganz schau. Hä? Warum lässt man den Harry den Referenten mit haben? Wenn ich das weg bin. Das ist für dummsinn. Ja, ja keinano. Es wird schon wie es sein hier dando. Tschüüüüüch! Was ein Random, alter der läuft mir in dem Schuss rein. Ich mach die Kolette, ey. Der Schrock, alter, ein Schlag. Oh my galera, scream. Jawab Ich steh' wieder ein... fuck er kennt ihr das bild kennt ihr das von william ja mann alle scream und shout und let it all out und dann ist er so eine tust auf dem klo alle die presse es ist nicht der auf youtube ich meine ich kenne recht kennt ihr das i crash my car into the bridge das sieht was man am radio läuft ich weiß nicht wie das heißt i like it ach so Und? Ja, ja. Ach du! Und dann sehe ich irgendwann, I crash my car into the bridge, und dann... F***, wieder Kostaria! Warte mal! Und dann, und dann, und dann, kommt I crash my car into the kids und dann kommt da so ein Video, wo so ein Autosunty anführt. Ich warf zu wenig, da. I go, okay. Ich darf hier nicht so gut singen, weil sonst wird mein Video wegen dem Copyright Problem gespeckt. Oh, ja. Du hast du gesungen, der Arsch. Ja, Mann, das hat ja fast das Original angehört, ich kann sagen. Ich darf es nicht. Ich könnte mich auch noch mehr anstrengen, ich bin nicht volle gute Sänger. Aber wie gesagt, sonst wird ja mein Video gespät. Schlag mal den I am Assasine ein. He wants to be in my party. 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 Wie wir so indischen Akzenten, das sind. Ey Stefan, weißt du, was hier so richtig Crank asozial ist, Alter? Also, das ist sowieso, Alter. Ne, ich hab am 8. Juli, hab ich zwei Wochen Leergang für meinen Beruf. Und dann kommts, dann hab ich zwei Wochen Urlaub. Voll krass, Alter. Krass wie eure Sonne wäre. Ich glaub, mein Vetter macht auch sowas wie du. Mein was? Mein Vetter. Servus. Kann ich noch einen Kollegen einladen, der The Real Shape spielt? Ja. Ich bin noch nicht in der Lobby, aber ich... Achso, ich wusste, ich kenn den irgendwoher, weil der ist grad bei uns in der Lobby. Ja, genau. Ich bin grad mit ihm in der Party gewesen. Ja klar, Platz. Moin. Ich hab gleich AC. Ne, Chopper. Ja, guck jetzt zum Beispiel, da ist auch wieder der Netbusch AC. Scheiß klar, der Harry in der Züge. Ja, ich hab jetzt irgendwie hinsetzt. Ich hab jetzt irgendwie hinsetzt. Ich hab jetzt irgendwie mit dem Luftschack gemacht, also ich bin voll schuld. Ich bin ein, zwei Chopper. Ich hab jetzt alle Kissen setzen. Ich schwör aber nicht. Ich schwör. Ich schwör auf 100er BMW. Oh, ich seh keine echten Moor aus der BMW. Sicher. Ne, auf Big Mac sein Kissen. Auf Big Mac sein Kissen. Am Anfang hatte ich voll Angst um das Projekt, aber das kann ich nicht. Ich wollt mich eigentlich verarschen, man. Alter, ich renn hier rum und geh das bei uns ja keine Feinde. Als hätten wir mehr Zeit gehabt, hätt ich jetzt noch eine Nuke gemacht. Das wär jetzt okay. Mann, stimmt. Das wär irgendwas. Schade. Okay, wir sind jetzt bei 30 Minuten Aufnahmezeit. Ich hab gestern 36 Minuten aufgenommen. Da bin ich auch hier auf den IMS Hessen, also auf den Markus gestoßen. 36 Minuten hab ich aufgenommen, Alter. Das wird so lang dauern, bis ich das abgeloadet hab. Boah, Junge. Das wird so lang dauern. Ich würd sagen, wenn dann der Dingswirt mit mir kommt. Das ist einfach zu witzig. Hast du die Nachrichten auch mit reingeschnitten? Jaja, ich hab die gelesen. Haha, geil. Ja gut, ich beende mal jetzt das Road to Commander. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Waren drei Nukes am Stück dabei. Die Scores gingen so. Ich glaub, jedes Mal 50 plus. Und meine, äh... Ja, genau. Der 5-Hörter M6 hat er auch noch. Ich glaub zwei Nukes, oder? Klar. Keine Ahnung. Ging gut ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dann haut rein, Jungs. Servus.